Ist der Abo-Button gedrückt? Machst du das genug verrückt? Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir eine mehr als abartige Beziehung erleben, in der ich, muss ich ehrlich sagen, nicht verstehe, warum die Dame noch mit diesem kranken Typ zusammen ist. Was er abartiges mit uns anstellen wird, das wirst du gleich sehen. Wir haben auf jeden Fall wieder eine tolle Crosseur-Füllung von Bitte trenne dich endlich und Gewalt in einer Beziehung, was ich überhaupt nicht unterstütze. Und natürlich habe ich auch wieder einen wunderbaren Kommentar mitgebracht, denn ich lese in jedem Video einen Kommentar vor. Also, falls du auch mal Bock hast, schreib gerne was Lustiges rein. Es können dumme Flachwitze sein, lustige Geschichten von dir oder sonstigem. Können auch nette Dinge sein. Und jetzt fangen wir mit dem ersten Kommentar an. Der ist von Nesh. Und dieser Kommentar bezieht sich auf das Moskito-Game, bei dem ich Rewi mit nervigen Moskitos verglichen habe. Und Nesh meint verteidigend, du kannst doch Rewi nicht mit Mücken vergleichen, das geht so nicht. Da fühlen sich die armen Mücken doch diskriminiert. Hast du absolut recht, es tut mir leid, an jeder einzelnen Mücke diesen abartigen Vergleich gestartet zu haben. So, und jetzt gehen wir rein. Und über viele Kommentare und Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Okay, Select Stage. Ich würde sagen, wir fangen mal mit eins an, was auch immer uns hier jetzt passiert. So, ich kann also Dinge ziehen. So, was macht er? Er hat jetzt eine Münze. Er hat mir... Oh, er hat mir was ins Essen getan oder wie? Go. Okay, was passiert jetzt? Ich esse das und ich... Oh, verdammt, ich habe es verschluckt, oder? Mein Zahn ist kaputt! Holy Shit! Also würde mein Partner mir eine Münze ins Essen packen und dadurch wäre mein Zahn kaputt, der vordere. Ich würde durchdrehen. Hier, er tut die Münze in das Essen rein. Das heißt, wir müssen hier das irgendwie jetzt gucken, ob wir das hier wegkriegen. Okay, gar nicht so einfach. Kann ich das irgendwie anklicken? Ich kann ziehen. Oder muss ich das machen, während ich Go drücke, während sie isst? Nee, tatsächlich nicht, verdammt. Oh, jetzt. Verdammt, nein, nicht schon wieder. Es tut mir so leid. So, also, es ist hier drin. Hier in einem von diesen Dumplings. Ah, ich kann es drehen. Okay, jetzt. Go. So, jetzt passiert mir nämlich... Ach, scheiße, das war scharf. Es tut mir so leid. Okay, nochmal. Let's go. Let's go. So, jetzt müsste es passen. So, Dumplings sind über das Fleckeste überhaupt. So, mir... Was? Warum? Ich brauche einen Hinweis. Verdammt. Coins are made of iron. Ja, okay. Kann ich den Teller irgendwie nehmen? Ich kann es halt auch gar nicht ziehen. Oder so. Oh. Ja, woher soll ich denn das wissen? Ja, super. Oh, Mann, wie dumm. Okay, jetzt. Oh, Gott, ist das blöd. Das wusste ich nicht, dass es hier drin ist. Okay, gut. Girl, du solltest dich vielleicht trennen. Der Typ ist irre. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Vielleicht soll ich das hier nehmen? Die Banane kann ich bestimmt auch nehmen. Ich glaube, das sollte ich vielleicht hier drauf machen. Und vielleicht ihm vor die Füße hauen oder so. Okay, ich habe noch ein Item. Okay, was zur Hölle? Was zur Hölle? Kann ich die irgendwie kombinieren? Kombinen? Nö. Kann ich mir die Banane geben? Kann ich. Also, ich muss hundertpro noch mit diesen Stöckchen irgendwas machen. Aber ich würde sagen, ich kann es auch noch nicht abspielen. Ich muss noch irgendwas tun. Oh, jetzt kann ich laufen. Okay, also das konnte ja wirklich keiner wissen. Oh mein Gott. Okay, also Banane. Das und das. So, okay. Dann packe ich das jetzt hier drauf. Kann ich ihn da irgendwie rein? Nein, nein, nein. Du sollst nicht gehen. Nein. Oh mein Gott, nein. Verdammt. Das ist so schwierig. Und wie du mir auch noch lachst. Ich brauche einen Hinweis. Push aside all obstacles and difficulties. Ach so. Okay. Ich kann die auch zur Seite. Also, die Banane soll ich ja nehmen. Kann ja. Oder soll ich das hier drauf schrauben? Das kann ich ja da drauf packen. Also, irgendwie kann ich hier halt nichts machen. Und er will. Nein, ich will nicht gehen. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Mann, ich weiß ja noch gar nicht, was bei diesem Spiel alles möglich ist. Take the banana peel. Put the well cover back in place. And finally give the rod to the well cover. Das habe ich doch gemacht. Okay. Also. Das habe ich doch alles gemacht. Das muss hier drauf. Das nehme ich. Und das muss hier ran, oder was? Oh mein Gott. Ja, genau. Scheiße. Mann. Okay. So. Was gibt es hier alles? Ich möchte jetzt einfach irgendwas essen. Hier hat es auf jeden Fall einen Schirm. Den kann ich nehmen. Ihn juckt es nicht. Den nehme ich auch. Kann ich ihm den geben? Den kann ich ihn auch nicht geben. Kann ich den vielleicht nehmen? Ich habe... Oh, nee. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Nimm den anderen. Nein, nimm den anderen. Der schüttelt von oben was runter. Ich sehe es schon. Nein. Nein. Es tut mir so leid. Es geht natürlich durch. Oh Mann. Wenn ihr so einen Partner habt, dann trennt euch. Oder Partnerin. Es ist egal. So. Ich nehme ihn den mal weg. Und mache jetzt das so hin. Oh, nee. Dann kriege ich Ärger. Scheiße. Okay, okay. Ich muss, glaube ich, als erstes ihm vielleicht den einfach hinstellen. Oder den. Oder den. Oder hier. Hier. Oder kann ich das hier oben irgendwie aufspannen? Ah, da ist doch noch was. Okay. Ich kann hier irgendwas abzwicken. Oh. Oh. Oh, hallo. Dann brauche ich den Schirm ja auch gar nicht wegnehmen. So. Juckt mich nicht. Haha. Sehr gut. Gut gemacht, girl. Nächstes Level. Okay. What's poppin'? Ich komme nicht mehr runter. Warum bin ich mit Socken auf dem Dach? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay. Wir nehmen dann hier die Sichel. Nehmen das, 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 das. Okay. Da kann ich bestimmt was wegsicheln. Yes. Was haben wir hier? Okay. Ein Seil. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, weil ich jetzt trotzdem runterfalle. Oh mein Gott. Ich wusste es. Oh mein Gott, jetzt ist ja alles gebrochen. Wenn Streiche einfach viel zu weit gehen. Er ist so richtig eklig. Wirklich so richtiger Ekelhafter ist das. So. Okay, let's go. So. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ah, okay. Jetzt. So. Flatsch. Und jetzt kann sie runter. Ja, also wirklich. Okay. Was hat er jetzt vor? Okay, go. Das heißt, okay, da ist der Weihnachtsmann. Sehr schön. Gibt übrigens bald auch geilen Weihnachtsmerch bei mir. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Okay, wir go und gucken mal, was geht. Okay, super. Boah, ey. Da ist auch noch was Hartes drin. Das ist so ein Schwein. Ich brauche einen Hinweis. Snowball rolling. Ah, okay. Ich muss meinen größer machen. Oder? Kann ich meinen jetzt größer machen? Oder? Ist der jetzt größer geworden? Oh ja. Oder? Nö. Sieht nur so aus. Oh mein Gott. Scheiße. Das trifft ja mich. Nein. Es tut mir so leid. Nochmal. Take the snowboard from the... Tess's hand. And you sit on the snow mountain. Then pick up the big ball and give it... Ach so. Ja, genau. So jetzt... Oh Gott. Wo soll ich denn das wissen? Dass sie ihn auch hochheben kann. Ganz genau, ey. Oh mein Gott. Es ist so dumm. Okay, er hat Hunger. Was gibt's jetzt? Oh Mann, ey. Oh Mann, sie wird auf der gleichen Umkleide. Okay, er hat Hunger. Ah, jetzt ein Föhn. Okay, ich hab einen Föhn genommen. Wofür ist der Föhn? Er hat gefurzt und föhlt ihn zu mir. Ih, er hat sich in die Hand gefurzt. Oh mein Gott. Er hat sich in die Hand gefurzt und hat es dann geöffnet zu mir rüber geföhnt. So ein Schwein. Aber geile Idee. Okay, also mal kurz aufmachen. Dann nehm ich mir den hier raus. So, sehr gut. Dann geb ich mir mal den Föhn. Genau, jetzt bläst nämlich seinen eigenen Vorziem ins Gesicht. Oh mein Gott, der ist so eklig, der Typ. Kannst du dich bitte einfach von ihm trennen? So, okay. Ich muss jetzt auch wieder hier... Oh, das wirkt böse. Ich weiß ja nicht mal, was er macht. Wir gucken mal, was er macht. Okay. Er macht einfach nur laut Musik, um mich zu nerven. Jetzt ist der Vogel weg. Okay, ich kann das aber, glaube ich, kombinieren, oder? Kann ich ihn nicht einfach jetzt abschießen? Brutalst. Und ihn schmerzen? Oh Gott, ich kann ihn, glaube ich, wirklich abschießen. Oh mein Gott. Okay, let's go. Go. Oh Gott. Okay, aber immerhin... Immerhin, ich dachte, ich schieße ihn ab. Wäre für mein Leben vielleicht besser gewesen. So. Okay, jetzt soll ich ihn nach Hause tragen. Warum sollte ich das tun? Oha, warum hatte der ein Messer dabei? Achso, der tut nur so. Soll ich den wirklich reinstecken? Oder was kann ich mit dem Messer jetzt tun? Weckschmeißen? Hat er sich jetzt ernsthaft selbst verletzt? Ernsthaft? Damit? Wo kam denn das jetzt her? Er hat es rausgeschissen. Damit ich ihn trage. Was ist denn das hier auf dem Boden? Das muss ich doch irgendwie nehmen können. Okay, mal gucken, was passiert. So, das Geld hat er schon mal verletzt. Ich glaube, sein Geld. Er macht sich extra schwerer, die Saune. Oh, so ein Schwein, wirklich. Das ist so ein Arsch. So ein Schwein, lass ihn liegen. Lass ihn liegen. So. Okay, ich habe es aufgeschrochen. Let's go. So, und jetzt? Achso, ich muss niesen. Oh mein Gott. Ja, auf sowas kommst du halt auch nicht. Okay, was gibt es jetzt? Okay, was macht der da jetzt schon wieder? Er hat kein Item. Was ist da? Oh, mir wird warm, ne? Oh, oh, mir wird warm. Ein Schirmchen. Ein Schirmchen. Mir wird zu heiß. Oh nein, ich verbrenne. Ah, ich verbrenne, nein. Jetzt mache ich mir auch noch, oh Mann, eine Cola auf. Okay, nochmal. Das ging mir gerade zu schnell. So erschüttelt also die Cola. Achso, okay. Mhm. Okay, so. So ist es schon mal gut. Da bleibt es nämlich dann einfach stehen. Kann ich irgendwie ihm den Schirm irgendwo reinstecken, wo es wehtut? Oder ihr geben? Oder irgendwie die Puppe? Ah, okay. Okay, was kann ich damit jetzt machen? Da hinten, da hinten, da hinten. Ah, okay. Oh, das war aber nicht gut, oder? Achso, doch. Jetzt wird ihm heiß. Jetzt muss er die Cola nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Okay, was auch immer das jetzt gerade ist, ich habe keine Ahnung. Was passiert überhaupt? Muss ich vielleicht... Habe ich ja den Taka an die Nase? Nein, das wollte ich doch überhaupt nicht. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. It's better to start first. Hä? Achso, muss ich erst mal einfach... Oh mein Gott. Wetten, ich muss gar nichts machen. Ah, doch. Okay, er macht die Luftballons kaputt. Okay. Okay, okay, okay. Ist ja voll schlimm. Ah, oh mein Gott. Oh Gott, wie soll man da denn drauf kommen? Wie dumm. Okay. Oh mein Gott, das ist so dumm. Okay, und dann muss ich das nämlich für die Ohren, oder? Keine Ahnung, was ist sie denn da jetzt? Und warum sollte sie jetzt nicht mehr erschrecken? Ach, oh mein Gott, ich habe ihr Knoblauch gegeben. Ach, du Scheiße. Das ist dumm. So, oh mein Gott, soll es Kotze sein? Wie, sein Puh? Oh, sein Pudi. Okay, jetzt soll ich ein Handtuch bekommen? Soll es da was... Achso, ich soll da ausrutschen, oder was? Okay, keine Ahnung, was jetzt passiert. Es ist auf jeden Fall wieder kriminell. Oh Gott, ich rutsche voll aus, ne? Es tut mir so leid. Okay, nochmal. So, okay. Er gibt mir nichts mehr, oder? Okay, aber das kann ja auch nicht irgendwie jetzt hier so stimmen. Oh doch, er macht noch was. Oh, ja, sehr gut. Okay, jetzt fliegt er weg. Warum? Was soll mir das bringen? Also, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich passiert. Aber ich würde sagen, go. Vielleicht sollte ich das auch gar nicht. Nee, das ist nicht richtig. Turn material resources to good account. Oh Gott, gib mir einfach die Antwort. Okay, der muss weg. Okay, also der muss jetzt weg. Warum auch immer. So, let's go. So, okay, mein Freund. Du musst jetzt leider fliegen. Was für eine Logik das auch immer ist. Ich habe keine Ahnung, was er da tut und warum er das... Achso, ich habe ihn jetzt. Oh, wie soll ich denn da drauf kommen? Wie dumm. Oh nein, jetzt tue ich aber da... Oh nein, ich fall da drauf. Ah, nein. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh Gott, ist das ja grausam. Was macht er da eigentlich drauf? Ist das Pipi? So, jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich das absägen. Das ist so eine unlogische, dumme Scheiße. So, jetzt habe ich das. Und jetzt, wofür brauche ich jetzt das Handtuch noch? Für den Arsch vielleicht? Okay, let's go, girl. Ja, sehr schön. Yes. Der perfekte Shot. So, Leute, wir hören beim coolsten Level auf, denn die beiden zocken. Falls ihr also noch mehr sehen wollt, lasst gerne viele Daumen nach oben da und über Kommentare, Freude, Algorithmus. Und ich mich auch sehr. Und ja, schreibt vor allem lustige Kommentare unten rein, denn das Witzigste wird wieder eingeblendet. Und falls ihr so einen nervigen Partner oder Partnerin habt, trennt euch bitte. Und jetzt raus! Bis zum nächsten Mal.